Radio Raufas Bei minus 12 Grad Celsius haben die Stanzinger am Vormittag des 6. Januar angefangen. Am Nachmittag hatte es Kuschelicke minus 6 Grad. Es war also klar, dass wir uns erstmal nach dem Befinden der Stanzinger erkundigt haben. Es ist wirklich ziemlich kalt heute und es macht zwar Spaß, aber es ist anstrengender als wenn es wärmer wäre. Ja, mich friert es heute an den Fingern am stärksten und ich meine, manchmal die fallen mir ab. Ich friert es am meisten an den Füßen. Mich friert es am meisten an den Füßen. Mich friert es gerade gar nicht, weil wir gerade Mittagspause hatten. Heute ist es ziemlich kalt, mich friert es richtig an die Zähne. Ich bin einer der drei Ratgeber und ich bin froh, dass ich meinen Ratgeber ganz toll gelesen habe, denn ich habe heute Aktivgelsohlen an. Zwar war es kalt, aber durch den Sonnenschein war es ein wunderschöner Wintertag. Das merkten auch die Stanzinger, die oft vor verschlossenen Türen standen. Drei Häuser hintereinander haben nicht aufgemacht. Heute sind wenige Leute daheim, weil so ein schönes Wetter ist. Wo die Türen geöffnet wurden, war neben dem Segen vor allem eines gefragt. Die stehen euch schon auf Eure hoch. Der Johannes wird immer reingeschickt. Im Blindheim hatte jede Gruppe ihre Begleiter dabei. Auch ich war einer und die mussten sich manchmal mit ziemlich alltäglichen Problemen herumschlagen. Ja, also die haben das Spezi im Wagen ausklärt. Da muss man schon aufpassen. Nein, das war nicht, wie er das einfach ausgelaufen ist. Ich glaube, das war sogar der Philipp. Nein, nein, ich glaube eher, das war der Bastian. Grundsätzlich ist uns Begleitern natürlich klar, was unsere Hauptaufgabe ist. Vorbild sein. Ja, für manche war es die erste Sternsinger-Aktion in ihrer Ministrantenlaufbahn. Und es hat ihnen offenbar gefallen. Heute ist das erste Mal, dass ich Sternsingen darf. Und es macht mir bisher ziemlich viel Spaß. Ich bin zum ersten Mal Sternsinger und ich fand's eigentlich gar nicht schlecht, aber heute war's so kalt und ich hab meine Hände zu Hause vergessen. Manche fassten Temperatur und Begeisterung in einem Wort zusammen. Ich bin zuerst mal bei Sternsingen und finde das cool. Alle Infos rund um die Sternsinger-Aktion 2017 können Sie in unserer Hauptsendung in Nicoles Beitrag hören. Ihr Valentin Oefele von Radio Rauf. Vielen Dank. Vielen Dank.